hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folgenden menschen mit mir dem herrn gleich und er sofort sitzt auch neben mir hier ja gilde nummer eins sieg time ist am start so und dann schauen wir doch mal hier ein wie das ganze ding aussieht also sofort gleich youtube gegen aqua unit patrol squad 13 drei inseln hammer down die vierte insel kriegen wir nicht mehr down glaube ich nicht das wird nicht funktionieren dann müssten dann alle möglich alle aktiv sein und fehlen uns ein paar leutchen gerade so jetzt gucken wir mal ein epic wie geil epic fail ja dazu muss man sagen das ist so ein standard ding bei uns hier wenn bandit bob tut schon richtig wehne das ist so ein standard ding bei uns hier mit dem das hat der sohn eines kumpels von von mir der das mal irgendwann raus gehauen na dann xd lol roffel copter epic fail ja und seitdem ist dieses epic fail bei uns total ich finde das so witzig so ja und dann spielen wir ausgleich der erste gegen den spiel ist epic viel ja und da würde ich mal sagen das war auch ein epic fail bei ihm was los ja so ist das wenn ich bin ich guck dazu und er da ist er schon wieder weg so also tatsächlich epic fail ja also weiter geht's und dann haben wir zwei hart zwei hart und fashion wrestling hip hop hop wieder mal wäre eine möglichkeit das werde ich auch tun ich nehme den hip hop als allererstes mit rein und danach werde ich den peter mit fashion wrestling kombinieren ja das wird auch sehr sehr eng sich feststellen aber dann nehmen wir hier den chicken fight mit rein ja das wird jetzt dass ich glaube das wird jetzt bei mir ein epic fail so wie das ganze aussieht aber 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 epic fail scheiße das kann ich nicht überleben epic fail ja ich hätte es ach man okay gegen zwei hart war es bei mir ein epic fail verdammte axt mensch ein bisschen ärgerlich dass ich das jetzt verloren habe zwei hart hat jetzt weh getan böse 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 böser böser porsche so nächstes match gegen eri lady von aqua juli double double füßt barb mr double lena mr barb double lena mit einem double füßt barb ich komme müßig barb er ist halt schon etwas anderes ziemlich genau das doppelte so quad füßt epic und dann kommt er mit einer anal entstellt die hatte natürlich keine chance mehr an entstellt so und damit hätten wir auch leute schaltet nicht ab schaltet nicht ab er geht auch wieder raus bestimmt er geht auch wieder raus er weiß ich jetzt direkt neben dir und ein tablet ist in deiner hand direkt vor mir ja das ist ja schön also bitte da wird es auch bleiben so weit geht es noch sieben stück habe ich gleich außerdem bin ich froh dass er eben gerade nicht da war echt soll ich hier gehen ja war ganz echt war ganz gut eben war ganz fein dass du nicht da war es war eben gerade ganz gut hör auf es war echt gut dass du kurz mal nicht da warst ja wie finden sie das hervorragend dass sie das nicht miterlebt haben du bist genau zum richtigen zeitpunkt rausgekommen warum hast du verloren nein gegen den meg gegen den meg verloren gegen den meg verlier ich nicht gegen den klaus heisler ich habe auch nicht gegen den klaus heisler verloren hör auf ich will doch gar nichts tun ich will doch nur an deinem net ja hör auf hör auf mach jetzt hier nicht das fschi so äh hör auf komm jetzt man kann ja gleich so nach dem nerven gehen leute ja ich stelle du 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 wenn ihr mal gleich seht geht ihm auf die nerven das geht nämlich ziemlich einfach jetzt dreht er sich die ganze zeit von mir weg jetzt haut hör auf jetzt schau dir auf die finger okay hör auf hör auf jetzt so sonst hinger heißt noch gleich misshandelt sein kind ja wahrscheinlich hör auf jetzt hör auf jetzt so also gegen rehi 23 also meine güte kann der nerven nö und andere frage wieso denn nicht mhm so noch sechs matches sind offen jetzt hat er sich ein keks quirk im mund gestoppt oh nein oh nein oh nein und ein 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 dann habe ich mit jetzt habe ich mir die gleiche kommen ist vielleicht jetzt komm ich fange noch mal an jetzt so also jetzt müsste man funktionieren hier jetzt müssen wir funktionieren gegen den kong jack auf einer musik insel muss das jetzt funktionieren das kann ja wohl nicht wahr sein so gegen da jetzt jetzt ist es vorbei was dann was dann vier matches geschafft ja 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 so und das war gegen 2 hart so nächstes match mr dubelina mr bob dubelina mr bob dubelina mr bob dubelina ich sah das witzig aus so ja sei froh oder was noch die automatik so also james bobby vier und drei schaden mhm jetzt kommt noch eine lila mit hinzu Leute Leute wisst ihr eigentlich was flüssiger ist als Wasser oh nein genau dieser genau dieser witz ist schon die antwort ne wisst ihr nicht ok ich sag's euch Hausaufgaben die sind überflüssig jetzt jetzt packen sie die Brüder jetzt werden die Brüder ausgepackt das oh nein was denn das jetzt hier naja ok oh mein Gott hm 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 so weiter geht's also ähm what the fuck also gegen ryan landry landry hm was denn was denn jetzt du musst ja noch nicht laufen ne du kennst doch windows na toll du kennst doch windows ja super willst du dich veräppeln ja Leute wir versuchen hier gerade noch parallel etwas aus und ähm sollte das funktionieren wird das natürlich auch ganz cool für unseren Kanal werden ähm wenn ich es wenn ich mein PC bis dahin nicht getötet habe du sollst ja nicht töten nein ihr habt ja bestimmt schon gesehen ähm es gibt ja gibt ja Leute die gehen extra in irgendwelche Shops rein nehmen sich da ein Android Gerät oder so ähm note 9 was note 9 note 9 note 9 ach so das muss ein spezielles sein oder was ja ach so ja dann wird das wahrscheinlich aber doch mit unserem Trick gar nicht funktionieren und dann meinst du dass das funktioniert ah ah klappt nicht ne nein ach so ich brauche vor allem 100 Jahre ein Blut zu haben ist ja scheißegal nix so brauchst du 100 Jahre um erstmal den Laden reinzufahren hm hä so ich frage den Besitzer ob man ein Handy haben darf kurz mal um das äh um sich diesen Spin zu holen also zur Erklärung für die Leute die nicht wissen wovon sprechen die jetzt da überhaupt ja ähm übrigens gewonnen das Match ähm es geht um diesen Galaxy Galaxy Skin in Fortnite gerade und da gibt es eben Leute die die gehen in die äh also YouTube YouTubesen die gehen in den in den Laden rein und nehmen sich da irgendein Handy oder ein Tablet oder so installieren darauf Fortnite und dann dann ja weil du dran nuckelst was du nuckelst an den Flaschen ehrlich das ist dieser dieser Saugtrieb den hast du bis heute noch nicht verloren so also iRac Lobster er nuckelt an den Flaschen alles klar so da haben wir hier einen Bob ja auf jeden Fall zur Erklärung ich werde das auch bald machen ich werde auch bald mit Herr Gleich in den Laden fahren wer sagt denn das dass ich da mitkomme ok ok dann frage ich Herr Gipfel jetzt ähm und äh dann gehen wir in den Laden und fragen mal auf jetzt das ist eigentlich alles runtergeküppelt so mhm 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 wenn du das machen willst kannst du das von mir aus gerne machen wie soll ich bitte ja warum soll ich bitte das ist weil du ein Auto hast toll super fährst du mich da hin und dann kann ich den Rest schmeiße ich dich raus und dann machst du den Kram selbst so ja echt darf ich nein dann kommst du damit nein warum nicht so so also weiter geht's also ich habe jetzt noch zwei Matches hier dann gucken wir mal also uns dürfte niemand in der Felsgabe sehen ich war nicht wie du manchmal da sitzt toll banana was banana heißt mein Gegner banana oh ja hey oh banana Joe oh banana Joe ähm ja also das ist äh 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 mit dem käme ich gerade drüber würde einen Schaden verursachen juhu ja da käme ich auch drüber und mach gleich 22 Schaden pro Runde mit hinzu was denn weißt du was was denn nix oh jetzt kommen die hochqualifizierten Kommentare okay wir machen jetzt mal eine Witzestunde oh nein nein bitte nein bitte hör auf damit wir machen jetzt eine Witzestunde nein mach bitte das nein das ist witzig 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 bevor ihr bevor ihr das Video einfach den Ton runter regeln Leute pass auf um euren Geist und eure Ohren zu schonen einfach den Ton runter regeln also was hassen Fische Anti Schuppen Shampoo wow wow das war jetzt der Mega Brüller der Mega Brüller oh mein Gott was hat einer der im Dreieck läuft Kreislaufprobleme alle schlafen einer spricht sowas nennt man Unterricht oh liebe Leute liebe Leute es tut mir wirklich sehr 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 ich weiß es ist es ist schlimm es ist ganz schlimm das ist aber ich kann es irgendwie nicht ändern so weiter geht's der Patient zum Chirurgen ich bin ja so aufgeregt schließlich ist es meine erste OP Chirurg meine auch einen noch was einen noch dann seid ihr entlastet ich beeile mich auch extra Mann und Frau und Betten sie wäre das schön wenn du jetzt geil wärst er wäre das geil wenn du jetzt schön wärst Autsch Egal wie leer Flaschen sind es gibt Flaschen die sind leerer also leerer ja das hat jeder verstanden so gegen Sei wie nennt man es wenn eine wenn eine Chinese Verstopfung hat Antwort Reichsverschluss also so ein Schrott liest du grad hier vor ehrlich was waren Kevins härtesten kannst du dir bitte erstmal die Witze selbst durchlesen bevor du sie vorliest ja was ich nehm mir grad random Mütze was waren Kevins härtesten 10 Jahre die Grundschule so und damit ist auch diese Witze Stunde mit dem Herrn sofort beendet nein jetzt ist stopp ich habe mir neulich ein Dach gekauft ging aufs Haus so stopp jetzt also alter Vater das ist ja gerade die sind ja grausam da haben wir gleich was weiß ich wieder 5 Abonnenten weniger nein meine Oma ist beim FBI deswegen nennen wir sie Top Secret so jetzt ist aber gut so also jetzt haben wir hier ähm 45 haben bei denen gekämpft und bei uns und bei uns haben gekämpft ich schätze auch ich glaube auch 45 45 ah ja auch 45 also 44 44 45 ja so dann gucken wir mal bei uns rein in die aktuelle Liste äh Tomek SR Chris Jay Style Hast du eins verloren? Cuddly Warehawk Klappe halten Klappe halten Klappe halten Ansgar Brownie Nervt Eat Fresh Food Nutty Nate und Junkhead alle mit ner glatten 100 Converse Leute Klappe halten Topdas Jojo Teklis Michael Dytronic Kings The King Ja 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 Ricky Spanish Robert Wolf Fox Big Big und Stromi mit 91 Dennis Thomas Cookie Bounty Der Pate Henni A Gamerguy Oli Z Marlene Sesumaru Jesse Hä was? Sonja 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 Ich bin total Spider Manuel K Krangus, Gekomoria, Apokalyptica Tularis, ja und bei mir ich bin dann bei 91 da Ulrike 55 und Casey Remington 55 so, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Ergleich und der Nervensäge dem Herrn sofort macht's gut, bis dann und tschüss